Als der Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich 1914 in Sarajevo von einer Pistolenkugel getroffen wurde, da verkannte er die Lage völlig. Seine letzten Worte waren, es ist gar nichts. Und kurz darauf starb er. Und das Attentat auf ihn, es löste den Ersten Weltkrieg aus und führte zum Untergang des alten Europas. Es ist gar nichts. War also eine ziemlich verkehrte Prognose. Ähnlich erging es auch Friedrich dem Großen, der zuletzt sagte, er sei über dem Berg und dann verschied. Oder der Philosoph Johann Gottlieb-Fichte, der mit seinen letzten Worten seinen Arzt korrigieren wollte. Ich brauche keine Medizin mehr, sagte er. Ich fühle, dass ich geheilt bin. Und das waren seine letzten Worte. Darum riet Mark Twain mit gewohntem Sarkasmus, Ein Mann, der etwas auf sich hält, sollte seine letzten Worte bei Zeiten auf einen Zettel schreiben und dazu die Meinung seiner Freunde einholen. Er sollte sich keineswegs erst in seiner letzten Stunde befassen und darauf vertrauen, dass eine geistvolle Eingebung ihm dann in die Lage versetzte, etwas Brillantes von sich zu geben. Nun, wir können uns vorstellen, dass die letzten Worte nicht immer voller Weisheit sind. Vielleicht durch einen trüben Sinn oder durch Schmerz und Leid doch irgendwo verzehrt. Aber Jakob, er befolgte nicht den Rat von Mark Twain. Nein, kurz vor seinem Tod, damit er seine letzten Worte äußern kann, ruft er seine Söhne zu sich, um ihnen zu verkünden, was er ihnen noch an Weisheit mitteilen möchte. Denn Jakob hatte in der Tat eine geistvolle Eingebung, die ihn befähigte, Brillantes von sich zu geben. Er sprach nicht in menschlicher Schwachheit oder in einem betrübten Sinn, sondern er sprach in der Kraft Gottes. Und das lesen wir in 1. Mose, Kapitel 49. Und wir lesen die ersten 28 Verse. 1. Mose, Kapitel 49, Abvers 1. Und Jakob rief seine Söhne und sprach, Versammelt euch, und ich will euch verkünden, was euch begegnen wird in künftigen Tagen. Kommt zusammen und hört, ihr Söhne Jakobs, und hört auf Israel, euren Vater. Ruben, mein Erstgeborener bist du, meine Stärke und der Erstling meiner Kraft, Vorrang an Hoheit und Vorrang an Macht. Du bist über Gewalt wie das Wasser. Du sollst keinen Vorrang haben, denn du hast das Lager deines Vaters bestiegen, du hast es entweiht. Mein Bett hat er bestiegen. Die Brüder Simeon und Levi, Werkzeuge der Gewalttat, sind ihre Waffen. Meine Seele komme nicht in ihren geheimen Rat. Meine Ehre vereinige sich nicht mit ihrer Versammlung, denn in ihrem Zorn zerschlugen sie den Mann. In ihrem Mutwillen lähmten sie den Stier. Verflucht sei ihr Zorn, weil er so gewalttätig und ihr Grimm, weil er so grausam ist. Ich werde sie verteilen in Jakob und sie zerstreuen in Israel. Judah, du, dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Judah ist ein junger Löwe. Vom Raub, mein Sohn, bist du hochgekommen. Er kauert, er lagert sich wie ein Löwe und wie ein Löwin. Wer will ihn aufreizen? Nicht weicht das Zepter von Judah. Noch der Herrscher starb zwischen seinen Füßen weg, bis das der Schilo kommt. Dem gehört der Gehorsam, der Völker. An den Weinstock bindet er sein Esel zu füllen, an die Edelrebe das Junge seiner Eselin. Er wäscht im Wein sein Kleid und im Blut der Trauben sein Gewand. Die Augen sind dunkel von Wein und weiß die Zähne von Milch. Sebulon wohnt an der Küste der Meere und an der Küste der Schiffe liegt er seine Seite nach Sidon hin. Isascha ist ein knochiger Esel, der sich lagert zwischen die Hürden. Und als er sah, dass die Ruhe gut und dass das Land lieblich war, da beugte er seine Schulter zum Lasttragen und wurde zum frohenpflichtigen Knecht. Dan richtet sein Volk wie einer der Stämme Israels. Dan ist eine Schlange am Weg, eine Hornotter am Pfad, die in die Fersen des Pferdes beißt und rücklings fällt sein Reiter. Auf deine Rettung her harre ich. Gart, Räuberscharen bedrängen ihn und er, er drängt ihnen nach auf der Ferse. Von Assaf, fettes ist sein Brot und er, königliche Leckerbissen gibt er. Naftali ist eine flüchtige Hirschkuh. Er gibt schöne Worte. Ein junger Fruchtbaum ist Josef. Ein junger Fruchtbaum an der Quelle. Seine Zweige ranken über die Mauer und es reizten ihn die Bogenschützen und schießen und feinden ihn an, aber sein Bogen bleibt fest und gelenkig sind die Arme seiner Hände durch die Hände des mächtigen Jakobs. Von dort, dem Hirten, dem Stein Israels, von dem Gott deines Vaters, der helfe dir und von Gott, dem Allmächtigen, der segne dich mit Segnungen des Himmels droben, mit Segnungen der Flut, die unten liegt, mit Segnungen der Brüste und des Mutterleibes, die Segnungen deines Vaters überragen, die Segnungen der uralten Berge, das begehrenswerte Gut der ewigen Hügel. Sie seien auf dem Haupt Josefs und auf dem Scheitel des Abgesonderten unter seinen Brüdern. Benjamin ist ein Wolf, der zerreißt. Am Morgen verzehrt er Raub und am Abend verteilt er Beute. Alle diese sind die zwölf Stämme Israels und das ist es, was ihr Vater zu ihnen redete. Und er segnete sie, jeden nach seinem Segen, mit dem er sie segnete. Diesen Text habe ich überschrieben mit die Verkündigung Israels. Die Verkündigung Israels. Und wir schauen zunächst auf die Art der Verkündigung. Jakob rief seine Söhne und sprach, versammelt euch und ich will euch verkünden, was euch begegnen wird in künftigen Tagen. Kommt zusammen und hört, ihr Söhne Jakobs, und hört auf Israel, euren Vater. Jakob spricht diese Worte nicht bei irgendeinem Familienfest, sondern ganz bewusst am Ende seines Lebens. Das, was er noch Wichtiges seinen Söhnen mitgeben will, bevor er stirbt. Und er ist sich bewusst, dass er sterben wird. Mit seiner letzten Kraft richtet er sich auf, ruft seine Söhne zusammen, um ihnen diese Worte mitzuteilen. Und tatsächlich stirbt er am Ende dieser Rede, nachdem er noch etwas zu seinem Begräbniswunsch gesagt hat. Die Art dieser Verkündigung ist also eine ernsthafte, eine feierliche und gewichtige Rede. Jakob redet nicht einfach mal so locker bei einem Glas Wein daher, was er so denkt, was noch kommen könnte, was ihm so durch den Kopf geht, sondern das Letzte, ja das Wichtigste, was er seinen Söhnen hier mitgeben kann. Und das, was er sagt, sind nicht bloß väterliche Ratschläge oder weise Beobachtungen, sondern Jakob redet als ein Prophet Gottes. Er verkündet Weissagungen über das, was seinen Nachkommen begegnen wird in künftigen Tagen. Das meiste von dem, was er hier verkündet, das werden seine Söhne selbst gar nicht erfahren, sondern es wird sich erst ein paar Jahrhunderte später erfüllen, wenn die Nachkommen seiner Söhne als Stämme Israels aus Ägypten ausziehen und in das verheißene Land in Kanaan einziehen und dort leben. Das, was Jakob verkündet, ist also mehr als die letzten Worte eines sterbenden Vaters. Es sind prophetische Worte über die Stämme Israels. Und daher betont Jakob auch, kommt zusammen und hört, ihr Söhne Jakobs, und hört auf Israel, euren Vater. Ja, Jakob redet im Auftrag Gottes als Israel, mit diesem Ehrennamen, den Gott ihm gegeben hat. Und der ganze Stil seiner Worte ist poetisch, ist euch sicherlich aufgefallen. Jakob gebraucht hier ganz viele Bilder, vor allem aus der Tierwelt. Es ist, als kämen ihm diese Eindrücke wie Visionen vor Augen. Die meisten Weissagungen für diese einzelnen Stämme sind auch nur ein oder zwei Verse. Ganz kurze Aussprüche voller Bildgewalt. Kurze, prägnante, teilweise etwas geheimnisvolle Aussprüche mit so einer poetischen Gliederung. Diese Verkündigung war nicht nur inhaltlich, sondern auch stilistisch, durchdacht und akkurat. Aber es ist nicht so ganz leicht, es auszulegen, aufgrund dieser poetischen Struktur, aufgrund dieser Bilder, wo man sich ein bisschen fragt, was bedeutet das? Aber wir können uns vorstellen, durch diesen Stil konnten sich die Söhne das, was sie betrifft, sehr gut merken. Es ist das, was sie aufgenommen haben, was sie gehört haben, was sie sich gemerkt haben, was sie weitergegeben haben. Im Hebräischen gibt es manche Aussprüche, das spielt Jakob scheinbar mit den Worten, sodass sich ganz viele Wörter in so einem Vers sehr ähneln oder sogar reimen. Manchmal greift er auf die Namensbedeutung seiner Söhne, greift er die auf und verwertet das in diesen Weissagungen. Auffällig ist jedoch, dass es in diesen Weissagungen zwei große Schwerpunkte gibt. Zwei große Schwerpunkte. Jakob hat an zwei Stellen eine eindeutige Betonung, nämlich bei der Weissagung über Judah und über Josef. Bei den übrigen zehn Brüdern gebraucht Jakob je ein bis maximal zwei Verse pro Person. In den Weissagungen über Judah und über Josef benutzt er jeweils fünf Verse. Und auch der Inhalt ist bei Judah und bei Josef viel weitreichender, viel voller als bei den zehn anderen Stämmen. und bei den zehn anderen Söhnen. Von den 25 Versen insgesamt verwendet Jakob 15 Verse für die zehn Söhne und zehn nur für Judah und Josef. Wir sehen also, es gibt eine klare Gewichtung auf diesen beiden Söhnen. Und das deckt sich auch mit der ganzen Erzählung der letzten Kapitel. Judah und Josef, sie traten in dieser Heilsgeschichte hier hervor. Mose betont Josef, wie Gott ihn bewahrte, wie er ihn gebrauchte, aber auch immer wieder legt er einen Schwerpunkt auf Judah, wie Gott auch ihn veränderte in dieser ganzen Geschichte. Und damit wir Judah und Josef die gebührende Aufmerksamkeit geben, aber andererseits nicht die übrigen zehn Brüder einfach übergehen, weil sie eben nicht ganz so betont werden, werden wir heute nur die Weissaugung der zehn Brüder beachten und dann ab nächsten Sonntag die Worte über Judah und Josef anschauen. Also wir haben hier eine ernsthafte, eine kunstvolle, eine prophetische Verkündigung des sterbenden Jakobs, die er tätigt, nicht nur über seine Söhne, sondern über die Stämme, die aus ihnen hervorgehen. Und in dieser Verkündigung betont er bewusst zwei Stämme. Judah und Josef. Und was er zu denen zu sagen hat und was das bedeutet, das wollen wir uns ab nächsten Sonntag anschauen. Aber heute wollen wir uns ansehen, was wir über die Worte der anderen zehn Stämme wissen sollten. Und was wir als Hörer und Leser heute aus diesen Worten auch an Anwendungen für uns ziehen sollten. Darum der zweite Punkt, die Lehren der Verkündigung. In den Weissagungen über die zehn Stämme, die nicht betont werden, finden wir dennoch drei enorm wichtige Lehren. Sowohl für die Söhne Jakobs, auch für ihre Nachkommenschaft, für die Stämme, die aus ihnen hervorgehen, aber auch für uns heute. Denn das, was Jakob sagt, ist nicht bloß seine persönliche Meinung oder auch nicht das, was er seinen Söhnen wünscht, sondern hier spricht Gott durch Jakob. Hier spricht Gott durch Jakob zu seinen Söhnen, was geschehen wird. Es ist weder stolzer Zorn noch falsches Mitleid des alten Vaters. Es ist keine Träumerei oder Fantasie, aber auch keine wissenschaftliche Prognose, was wohl am wahrscheinlichsten ist, sondern hier spricht Gott durch Jakob. Und was er sagt, ist das Wort Gottes. Es zeigt sich das Urteil und der Ratschluss Gottes, was Gott tun wird. Wie er handeln wird. Wie er vorgehen wird mit den Söhnen. Wir dürfen also nicht einfach das beiseite schieben und sagen, ach, da ist Jakob wohl noch ein bisschen nachtragend, da war er vielleicht ein bisschen persönlich verletzt oder da war er ein bisschen zu kalt in seinem Urteil. Nein, Jakob ist in seinen letzten Minuten ein wahrer Prophet des Herrn, der Israel verkündet, was kommen wird. Und drei Lehren wollen wir betrachten, die auch unsere kommenden Tage beeinflussen sollten. Und das wird hier dieser zweite Punkt auch der größte Punkt in der Predigt. Wir lernen zum einen Gott lässt zu, dass Sünden Konsequenzen haben. Jakob spricht nicht nur von dem, was kommen wird, sondern bei einigen seiner Söhne fängt er an mit dem, was sie schon getan haben. Jakob beginnt seine Verkündigung mit Ruben, dem Erstgeborenen und zunächst beschreibt er, was für ein Privileg, was für ein Vorzug Ruben hat. Er nennt ihn den Erstling meiner Kraft Vorrang an Hoheit und Vorrang an Macht. Normalerweise war der Erstgeborene der, der die höchste Stellung hatte in der Familie nach dem Tod des Vaters. Der, der einen noch größeren Anteil am Erbe bekam. Der, der die Autorität bekam. Es war eine Ehrenposition und Jakob, er war so froh über seinen ersten Sohn. Ruben heißt siehe ein Sohn. Aber dann schmeißt er alles zu Boden. Ruben hat mit der Nebenfrau Jakobs geschlafen, um seinen Vorrang und seine Macht und seine Hoheit selbst zu festigen. Er wollte ein klares Statement setzen. Ich bin hier der Nachfolger. Ich will jetzt hier die Autorität in der Familie in meine Hand nehmen. Ich habe jetzt das Sagen. Aber wegen seiner Gier und seinem Stolz, seiner selbstsüchtigen Anspruch und skrupelloser Unreinheit wird ihm jegliches Vorrecht entzogen. Er hat das Bett seines Vaters Vaters entweiht. Das was es zu Ehren gilt. Das was schützenswert ist. Er hat es entweiht. Das Erstaunliche ist, diese Sünde liegt etwa 40 Jahre zurück. 40 Jahre, in denen viel passiert ist. In 1. Mose 35 wird die Sünde Rubens berichtet, aber von Jakob lesen wir nur und Israel hörte es. Und Israel hört es. Wir lesen von keiner Reaktion des Vaters. Es wirkt, als hätte Jakob überhaupt nichts unternommen, als hätte er gar nichts getan. Nun, es gibt einige Hinweise darauf, dass Ruben ein schlechtes Gewissen hatte, dass er versucht hatte, es irgendwie wieder gut zu machen. Und mehr noch, wir haben Grund anzunehmen, das Ruben zum Glauben kam, zum Glauben an Gott. Dass er an den lebendigen Gott glaubt, der doch unsere Sünden vergibt. Ja, wer an Gott glaubt, dem sind seine Sünden vergeben. Und ich gehe davon aus, dass Ruben im Himmel ist, zusammen mit den Seelen der vollendeten Gerechten. aber dennoch bestimmt Gott hier, dass seine Sünde eine bittere Konsequenz hat. Ruben wird nicht länger als Erstgeborener gezählt, sondern, wie wir in den letzten Abschnitten gesehen hatten, wird Josef beziehungsweise seine Söhne Ephraim und Manasse als Jakobs Erstgeborene gewürdigt. All der Vorrang, all die Hoheit, all die Macht, all diese Privilegien, sie werden Ruben genommen aufgrund seiner Sünde. Ruben wird nicht verstoßen, wie Ismael oder wie Esau, aber er wird gedemütigt wegen seiner Sünde. Nach 40 Jahren wird ihm diese Sünde noch einmal in den letzten Worten seines Vaters vor Augen gehalten. Aber was muss das für eine bittere Erfahrung sein? Das Letzte, was dein Vater dir sagt, vor seinem Tod. Das Letzte, was Gott durch Jakob zu ihm spricht, ist, durch deine Sünde hast du deine Privilegien verloren. Jakob vergleicht ihn mit überwallendem Wasser. Ein mächtiges Bild, bei so einer Überflutung, da gibt es, da kommt das Wasser mit so großer Kraft über die Mauern, über alle Welle, dass es nicht mehr zu bändigen ist. Wenn es einmal über die Grenzen geschritten ist, dann lässt es sich kaum mehr aufhalten. Ruben war ein Mann, der seinen Willen, der seine Begierde nicht kontrollieren konnte oder nicht mehr wollte. Er konnte sich nicht beherrschen. Und das ist der Ruin menschlicher Vortrefflichkeit. Aus diesem Stammruben kam kein Richter, kein Prophet. Es ging keine berühmte Person aus diesem Stamm hervor. Die einzigen, die einen etwas berüchtigten Namen haben, sind Datan und Abiram. Sie gehörten zu denen, die sich aufgelehnt haben gegen Mose. Ja, Sünden haben Konsequenzen. In den letzten Worten Jakobs zeigt er oben auf, deine Sünde hat Konsequenzen. Noch härter trifft es Simeon und Levi. Sie werden als einzige gemeinsam behandelt. Werkzeuge der Gewalttat sind ihre Waffen. Meine Seele komme nicht in ihren geheimen Rat. Meine Ehre vereinige sich nicht mit ihrer Versammlung. Diese beiden Söhne, sie waren führend in dem Mord an den Einwohnern Sichems. Simeon und Levi waren Brüder, nicht nur leiblich, sondern auch in ihrer Gesinnung, denn sie schlossen sich in einem geheimen Rat zusammen, um Blutrache an ihrer Schwester Dina zu üben. Das Bild des gelähmten Stiers zeigt vermutlich ihre sinnlose Grausamkeit, die niemandem hilft. Sie haben so getan, als wären sie Freunde und durch eine List haben sie alle Männer des Ortes Sichems getötet, blutrünstig. Sie waren in ihrem Plan hinterlistig und rachsüchtig und in ihrer Ausführung wild und unzähmbar. Gott ruft in der Geschichte Israels durchaus dazu auf, die Kananiter mit dem Schwert zu vertreiben. Aber hier sehen wir einen deutlichen Unterschied zwischen einem Gerichtshandeln Gottes, im Auftrag Gottes und der selbst gewählten Rache der Menschen, die Gott überhaupt nicht gut heißt, die Gott niemals gut heißt. Und Jakob wird hier sehr deutlich, verflucht sei ihr Zorn. Könnt ihr euch das vorstellen? Die letzten Worte des Vaters? Was du zu hören bekommst, ist verflucht sei dein Zorn? Als Strafe für ihre böse Vereinigung werden die Simeoniter und die Leviten später in Israel zerstreut. Das ist das, was Jakob hier ankündigt. Simeon bekam nur ein paar kleine Gebiete mitten in dem Stammesgebiet von Judah. Und irgendwann lesen wir, der Stamm Simeon, er ging in dem Stamm Judah auf. Er hat gar kein eigenes Gebiet mehr gehabt irgendwann. Und Levi bekam bloß Levitenstädte. Kein eigenes Stammgebiet. 48 Städte. Verteilt, zerstreut in ganz Israel. Am Fuße des Berges Sinai mussten die Leviten den undankbaren Auftrag ausführen und auf Gottes Befehl die eigenen Brüder mit dem Schwert erschlagen wegen ihres Götzendienstes. Der Levit Pinhas durchstach Simri den Simeoniter, als der mit einer midianitischen Frau Unzucht trieb. Ruben, Simeon und Levi, sie zeigen uns, dass Gott zwar Sünde vergibt, aber er es durchaus zulässt, dass wir durch unsere Sünden gedemütigt und belastet werden, dass wir durch die Konsequenzen, die unsere Sünde mit sich bringt, daran erinnert werden, dass Gott nicht so hasst wie Sünde und dass Sünde keine Kleinigkeit ist, sondern immer, immer Verlust mit sich bringt, immer Betrug ist. Die Rechnung geht niemals auf. Sünde ist ernst zu nehmen, auch für Gläubige. Wir dürfen niemals in ein Christentum verfallen, wo wir sagen, als Christen müssen wir Sünde nicht mehr ernst nehmen. Diese Worte, Jakob, sie zeigen uns, Gott lässt zu, dass Sünden Konsequenzen haben, selbst in dem Volk, das er erwählt hat. Und außerdem lernen wir, Gott sieht auf den Charakter. Isascha wird mit einem knochigen, das heißt nicht unbedingt schönen, aber starken und arbeitsfähigen Esel verglichen. Doch Isascha ist ein knochiger Esel, also ein Lastentier, der fähig ist zur Feldarbeit, aber er ist ein Esel, der sich niederlegt zwischen die Hürden. Das sind entweder diese doppelten Satteltaschen, die ein Esel trug, oder es ist eine Bezeichnung für diese leichten Viehhütten, zum Beispiel für Schafe, wo sie dann in der Nacht über ruhen konnten. Jakob sieht voraus, dass der Stamm Isascha bequem wird, dass er träge wird, dass er nachlässig wird. Er möchte gerne das fruchtbare Land genießen, das Land, das gut ist. Anstatt seinen Aufgaben nachzugehen. Doch ihre Untätigkeit und der leichtfertige Genuss des Lebens erführt dazu, dass sie frohen pflichtige Knechte werden. Das heißt, sie müssen arbeiten für andere. Sie wollten nicht die Aufgaben erledigen, die ihnen zustehen und darum müssen sie für andere in Dienst gehen. Es gab mehrere Stämme, als Joshua dann mit Israel nach Kanan einzog. Es gab mehrere Stämme, die es nicht schafften, die Kananäer ganz aus ihrem Gebiet zu vertreiben. Es gab immer noch so ein paar Schluchten, wo immer noch so manche Dörfer von den Kananitern blieben, die ziemlich Widerstand leisteten. Aber Isascha scheint von vornherein den Kampf vermieden zu haben. Sie haben Frieden geschlossen mit den Kananäern und gesagt, wir wollen keinen Streit, es ist ein gutes Land, wir wollen es einfach nur genießen, ihr bleibt an eurer Seite, wir bleiben auf unserer Seite, dann wird das schon passen. Und aus einem leichtfertigen Frieden wurde dann schnell ein unfreiwilliger Dienst. Sie wollten ihre Aufgaben, ihre Pflichten nicht erfüllen und sie lernten die Konsequenzen ihrer Trägheit, ihrer Faulheit. Nun, es ist gut möglich, dass der Stammesvater Jakob in seinem Sohn Isascha schon einen Hang zur trägen Bequemlichkeit gesehen hatte und sich diese schlechte Charaktereigenschaft in seiner Nachkommenschaft, in Isaschas Nachkommenschaft weiter trägt. Oder aber es ist zur Zeit der Eroberung Kanaans eine Charakterschwäche der Anführer zum Leid des ganzen Stammes geworden. Aber wir sehen hier aus einer Bequemlichkeit, aus einer Tatenlosigkeit, aus einer falschen Trägheit kommen diese Konsequenzen. Nun, sich an Gutem zu erfreuen, ein wenig auszuruhen, neue Kraft zu sammeln ist keine Sünde. Aber es kann zu einer Charakterschwäche werden, die zu sündigen Verzicht, zu einer sündigen Unterlassung führt. Ähnlich ist es bei Dan. Jakob scheint auf einen unsteten Charakter hinzuweisen. Auf der einen Seite richtet er sein Volk, so wie es dem Namen Dan entspricht. Das heißt, er schafft Gerechtigkeit, er geht voran. Aber auf der anderen Seite wird er mit einer Schlange verglichen, die ihren Angreifer durch Tarnung und Hinterlist angreift, dem Pferd von hinten in die Ferse beißt, sodass der Reiter runterstürzt. Beim Auszug von Ägypten war Dan der zweitgrößte Stamm. Aber in Kanaan war es der erste Stamm, der ihr Gebiet, das Gebiet gar nicht halten konnte, gegen die Kanaanäer, gegen die Philister. Und sie sind aus dem von Gott bestimmten Gebiet fortgezogen und haben sich im Norden ein anderes Gebiet gesucht. Sie haben eine friedliche Stadt Lachisch unvermittelt angegriffen und erobert. Und gesagt, dann ist jetzt hier unser Stammes Gebiet. Sie haben das aufgegeben, was Gott ihnen zugeteilt hat, haben sich ein eigenes Gebiet gesucht, wo es ein bisschen einfacher war, die Kananiter zu vertreiben. Und das Erste, was sie dort gemacht haben, ist, sie haben einen Götzendienst eingerichtet. Dan zeigt in der Geschichte Israels öfters eine große Unbeständigkeit auf. Da gibt es Momente, wo sie vorangehen, da gibt es Momente, da scheinen sie im Glauben zu leben und dann kommt es ganz schnell wieder zu falschen Kompromissen. Der danitische Richter Simson fasst mit seinem Leben es sinnbildlich zusammen. Da ist Kraft und Schwachheit, Unbeständigkeit. Sie können ihre Kraft nicht halten durch ihre falschen Kompromisse, aber bleiben selbst in kleiner Kraft gefährlich wie Schlangen. Ein unaufrichtiger, unsteter Charakter bringt schnell unnötige Schwierigkeiten und Verluste. Was wir hier sehen, ist, Gott achtet auf den Charakter. Nicht nur auf die äußeren Umstände, nicht nur auf die physischen Fähigkeiten, Gott achtet auf deinen Charakter. Bei Benjamin scheint die Weissagung aber gar nicht zu seinem Charakter zu passen. In 1. Mose, da ist Benjamin nur passiv. Er sagt kein Wort. Er wirkt als der Jüngste gegenüber seinen rauen Brüdern eher schüchtern. Jakob, er behandelt ihn wie so ein kleines Küken. Und jetzt, in seinen letzten Worten, dann nennt Jakob ihn einen reißenden Wolf, der so viel Beute macht, dass er bis zum Abend damit beschäftigt ist, sie in seinem Rudel zu verteilen. Benjamin? Der kleine Benjamin? Nun, hier zeigt sich zum einen, dass Jakob nicht durch seine natürliche Zuneigung sich leiten ließ und einfach nur das sagte, wie er seine Söhne sieht. Benjamin hat ja immer wie so ein zärtliches Kind behandelt, sondern er sieht voraus, dass es zu einem kriegerischen, starken, mutigen Stamm wird. Eventuell hat Jakob aber auch in seiner Überfürsorge um seinen Jüngsten gar nicht erkannt, was für ein Charakter in Benjamin steckte. Vielleicht war da tatsächlich etwas Kämpferisches in seinem Wesen, was Jakob gar nicht sehen wollte. Nun, die Benjaminiter, sie wurden in der Tat berüchtigt für ihre Streitlust, sowohl im Guten wie im Bösen. Aus ihnen ging der linkshändische Richter Ehud hervor, was ein bisschen lustig ist, weil Benjamin heißt Sohn meiner Rechten. Aber auch Saul, der erste König, der David verfolgte. Doch dann auch Jonathan, der mutige Kriegsheld, der in großem Glaubensmut einen Posten der Philister schlug. Aus Benjamin ging hervor, Esther und Mordecai, die mutig für ihr Volk eintraten. Aber am Ende von dem Buch Richter sind es die Benjaminiter, die die Sünden ihrer eigenen Männer nicht strafen wollten und bereit sind, in einem Bürgerkrieg gegen die anderen Stämme anzutreten und fast vernichtet werden. Doch auch der Apostel Paulus ist aus diesem Stamm Benjamin, der erst als Pharisäer mordschnaubend eiferte, doch dann in Gottes Gnade verändert wurde. Gott achtet auf den Charakter. Gott sieht deinen Charakter. Erkennt deine Charakterstärken, aber auch deine Charakterschwächen. Nicht nur die Umstände oder besondere Fähigkeiten, nicht nur die Stärke oder deine Intelligenz, nicht nur das, was du von Haus aus mitbekommen hast, nicht deine Privilegien, sondern vor allem dein Charakter hat Auswirkungen auf die Weise, wie du vor Gott leben wirst. Achte auf deinen Charakter. Denn Gott achtet auf deinen Charakter. Und er zeigt hier auf so manche Fehlstellungen, die Auswirkungen haben, auf Generationen hin. Und eine weitere Lehre, die wir hier rausziehen, ist, ist Gott bestimmt souverän das Los. Bei den Stämmen Sebulon, Gad und Asser und Naphtali, da wird nicht auf vergangene Sünden eingegangen, aber auch nicht speziell auf bestimmte Charaktermerkmale, sondern es wird einfach beschrieben, was für ein Landstück sie einst erben werden und wie Gott ihr Leben dort bestimmt hat. Was sie erwarten wird dort in Kanaan. Und das Spannende daran ist, dass Joshua bei der Landverteilung einige Jahrhunderte später nicht die Worte Jakobs hervorgeholt hat, hat überlegt, ah, okay, also Sebulon, es wird so beschrieben, mal gucken, welcher Teil würde am besten zu diesen Worten, zu dieser Verkündigung passen. Nein, wie wurde das Land verteilt unter Joshua? Per Losstein. Es wurden Lose geworfen, okay, dieses Gebiet, welcher Stamm soll dieses Gebiet bekommen? Es wurden Lossteine geworfen, das worauf kein Mensch Einfluss haben kann, was so scheinbar zufällig ist, wie beim Würfeln. Und was geschieht? Nun, die Stämme bekommen genau solche Anteile, solche Gebiete, wie Jakob es hier voraussieht. Als ein scheinbar zufälliges Resultat lernen wir doch, es war von Anfang an von Gott bestimmt. Schon Jahrhunderte vorher hat er durch Jakob prophezeit, was für ein Gebiet und was für ein Leben die Nachkommen diese Stämme dort führen sollen. Sebelon wird von dem Seehandel profitieren und wirtschaftlichen Erfolg genießen durch den Kontakt zu Sidon, der großen Hafenstadt der Phönizier. Sebelon hatte keinen direkten Anschluss an das Mittelmeer, aber durch dieses Stammes Gebiet kreuzten sich die großen Handelsstraßen und die Händlerwaren aus dem Seehandel bereicherten dieses Gebiet weit im Norden Israels. Tatsächlich grenzten sie an das phönizische Reiche. Gad wird ein umkämpftes Leben vorausgesagt. Jakob Weiß sagt, Räuberscharen werden ihn bedrängen und denen wird er wiederum auf den Fersen bleiben, ihnen hinterher eilen, sie bedrängen. Nun, der Stamm Gad übernahm ein Gebiet im Ostjordanland. Dieses war zwar besonders fruchtbar, aber auch sehr gefährlich, denn dort waren die umliegenden Nationen der Moabiter im Süden, die Ammoniter im Osten, die Aramäer im Norden und die Gaditer wurden häufig überfallen von diesen feindlichen Heeren. Da war eben nicht diese natürliche Grenze des Flusses, die das so ein bisschen einen Schutz bietet und das führte dazu, dass die Gaditer zu bewährten Kriegern wurden. Ein Großteil des Heeres Davids bestand aus Gaditern. Von ihnen wird gesagt, sie hatten Gesichter wie Löwengesichter, weil sie so gewohnt waren zu kämpfen. Es wird hier weder positiv noch negativ beschrieben, einfach als eine Tatsache. Dieser Stamm wird ein Stamm sein, der kämpfen muss. Asser wird Gewinn und Verlust erleben, sein Gebiet an der Mittelmeerkuste war fruchtbar und wertvoll. Jakob sagt, fettes ist sein Brot. Das bedeutet, dass er gute Ernte einfährt, ein fruchtbares Land hat. In Asser gab es Olivenbaumhaine und Weinberge. Doch er gibt auch königliche Leckerbissen. Salomo, er verschenkte einige Gebiete aus diesem Stammesgebiet an den König von Tyrus. Und Asser musste von seinem Reichtum auch anderen Königen Tribut abgeben. Ja, fettes ist sein Brot, aber königliche Leckerbissen gibt er. Schließlich wird Naftali eine flüchtige oder ungebundene Hirschkuh genannt. Das Gebiet hatte im Norden keine feste Grenze. In dem Gebirgsland konnte sich Naftali ziemlich viel Freiheit genießen, so wie flinke, geschickte Wildtiere auf diesen Felsen. Doch es heißt weiter, er gibt schöne Worte. Einige Ausleger glauben, es müsste eher schöne Rehkitze bedeuten, wenn es vielleicht so ein bisschen angelehnt ist an eine andere Sprache. Aber schöne Worte passt dahingehend, dass in dem Gebiet Naftali später das Gebiet Galiläa liegt. Kapernaum und die Orte, in denen zuerst die schönen Worte des Evangeliums gepredigt wurden von unserem Herrn Jesus Christus. Sie liegen in diesem Stamm Gebiet Naftali. Worte echter und bleibender Freiheit, nämlich die Erlösung von Sünde, die Erlösung von dem Zorn Gottes, losgebunden von der Knechtschaft der Sünde. Wir sehen aber, und das ist auch für unser Leben wichtig, Gott bestimmt das Los. Gott bestimmt das Los. Unter welchen Umständen wir leben, ob wir mehr Freiheit oder wirtschaftlichen Erfolg genießen oder ein Leben im Kampf und Bedrängnis führen müssen. Es ist Gott, der es bestimmt. Und wie auch immer Gottes Ratschluss es bestimmt, wir sind aufgefordert, ihm zu dienen, wo auch immer er uns hingestellt hat. Wir können nicht sagen, ich habe aber nicht das Gebiet wie Sebulon, sondern ich habe ein kämpferisches Gebiet bekommen. Das ist unfair, Gott. Wir können nicht sagen, aber wir wollten an der Küste sein wie Asser und nicht jenseits des Jordan. Nein, Gott bestimmt das Los. Und unsere Aufgabe ist es, Sünde zu vermeiden und auf unseren Charakter zu achten und an dem Ort, wo Gott uns hingestellt hat, ihn zu verehren und all das zu gebrauchen, was er uns gibt, um ein Leben zu führen zu seinem Wohlgefallen. Einen letzten kurzen Punkt wollen wir noch behandeln, der Segen der Verkündigung. Unser Text beschreibt diese Worte nicht bloß als eine Verkündigung Israels, nicht nur eine Verkündigung dessen, was in den künftigen Tagen kommen wird, sondern ist euch aufgefallen, was in Vers 28, dem letzten Vers, den wir heute gelesen haben, wie beschrieben wird, was Jakob getan hat? Alle diese sind die zwölf Stämme Israels und das ist es, was ihr Vater zu ihnen redete und er segnete sie, jeden nach seinem Segen, mit dem er sie segnete. Dreimal kommt hier das Wort Segen vor. Er segnete sie, jeden nach seinem Segen, mit dem er sie segnete. Jeder wurde gesegnet. Diese Verkündigung ist ein Segen. Nun, vielleicht denkt ihr bei so manchen, wenn das ein Segen sein soll, was ist dann ein Fluch. Da ist doch gar nicht viel Segen dabei. Außer vielleicht diese Stellen über Judah und Josef, die wir später noch behandeln wollen. Aber warum steht hier, jeder wurde gesegnet, ein jeder nach seinem Segen, mit dem er sie segnete. Es ist nicht nur eine Weissagung, was kommen wird. Es ist ein Segen für jeden der Söhne, das zu hören, was Jakob hier sagt, im Auftrag Gottes. Aber warum war das ein Segen für alle? Nun, drei Gründe will ich nennen, warum Jakobs Verkündigung ein Segen ist. Und es ist für uns wichtig, vielleicht auch unser Verständnis von Segen anzupassen. Zum einen die Ausrichtung der Hoffnung. Mit seiner Verkündigung richtet Jakob seine Söhne darauf aus, wo der wahre Segen zu finden ist. Mitten in seiner Verkündigung ruft er in Vers 18 auf, auf deine Rettung her, harre ich. Ist euch das aufgefallen? Auf deine Rettung her, harre ich. Vielleicht wurde er durch das Bild der Schlange, die in die Ferse beißt, an die alte Prophezeiung erinnert, über den Retter, der zwar von der Schlange in die Ferse gebissen wird, aber ihr dem Teufel den Kopf zermallt. Unter den Brüdern werden einige enttäuscht gewesen sein. Könnt ihr euch vorstellen, unser Vater stirbt, er will noch einen letzten Segen geben und sie sind da alle im Halbkreis um ihn herum und dann hörst du, wie, das war alles? Das soll mein Segen sein? Ich kann euch vorstellen, wie so einige Söhne enttäuscht waren. Das ist der Segen für mich. Ich habe gehofft auf den Segen von fruchtbarem Land und großer Stärke und Sieg über meine Feinde und eine große Zahl von Nachkommen. Aber was sind denn das für Segnungen im Vergleich zu den Segnungen, die Abraham und Isaak gegeben haben? Klingt das nicht etwas dürftig? Manche werden sich vielleicht gefragt haben, ist das jetzt gut oder schlecht, was ich gehört habe? Aber Jakob gibt hier keine übertriebenen und fantastischen Sieges Ankündigungen, sondern er gibt ein durchwachsenes Bild von der Zukunft. Warum? Damit sie nicht auf ihre Kraft, auch nicht auf ihren Charakter, nicht auf ihr von Gott bestimmtes Los vertrauen, sondern auf den Herrn, den Gott des Bundes, auf den, von dem sie alle Rettung erwarten sollen. Diese Hoffnung wird auch etwas konkreter, weil in der Weissagung über Judah noch eine besondere Tiefe steckt. Oh, da kommt der Schilo. Hier ist der Herrscherstab und es wird ein Bild aufgezeichnet von himmlischer Tiefe, von wahrer Ruhe, von echtem Frieden, von einer Vollkommenheit. Ja, es ist genug, um zu erkennen, der versprochene Retter, der Schlangen Zertreter, er wird aus Judah kommen. Auf diesen Stamm müssten wir achten. Diese Worte, sie sind ein Segen, weil sie nicht einfach nur auf die natürlichen Dinge, auf die natürlichen Güter, auf die persönliche Kraft zeigen, sondern sie weisen darauf hin, unsere Rettung, der wahre Segen ist bei Gott zu finden. Und Gott hat einen Heilsplan, achtet auf den Stamm Judah. Schaut auf das, was Gott tut. Jakob richtet die echte Hoffnung auf den Herrn und was er tun wird. Matthew Henry, er schreibt, es ist das Kennzeichen eines lebendigen Heiligen, dass er auf die Rettung des Herrn wartet. Christus als unseren Weg zum Himmel er ist zu erwarten und der Himmel als unsere Ruhe in Christus ist zu erwarten. Auf deine Rettung her harre ich. Wisst ihr, Jesus, der Name Jesus, er bedeutet der Herr rettet. Ja, auf deine Rettung her harre ich. Nun, es ist ein Segen, es ist ein Segen, wenn wir auch durch so manche Mahnungen und durch so manche krumme Wege in diesem Leben darauf ausgerichtet werden, auf die ewige Hoffnung, auf den, der der wahre Segensgeber ist, auf die Rettung von unseren Sünden. und es ist ein Segen, weil es ein Aufruf zur Heiligung ist, in dem Jakob die Sünden und die schlechten Konsequenzen einiger Söhne so deutlich aufzeigt, dass es uns schon ganz mulmig wird. Wie, sind das wirklich deine letzten Worte an deine Söhne? Wie kannst du so hart reden? Wie kannst du so direkt reden? Könnte man das nicht in dieser Situation noch etwas ausschmücken? Etwas subtiler? Nein, vor den Augen der ganzen Nachkommenschaft, der ganzen Söhne werden hier so klar die Sünden benannt, so scharf gerichtet. Kann das zum Segen sein? Nun, damit ruft Jakob am Ende seines Lebens ernsthaft auf, gegen die eigenen Sünden und Laster anzukämpfen. Und wenn jemand gelernt hat, wie wichtig das ist, dann Jakob selbst. Was für bittere Konsequenzen hat er durch seine eigenen Sünden und durch seine eigenen Charakterschwächen erfahren, sodass Gott selbst mit ihm ringen musste, bis sein stolzes Herz endlich gedemütigt wurde. Es ist das Beste, was er seinen Söhnen mitgeben kann. Ja, es ist wahrhaft Segen für sie, zu erkennen, ich muss mich meiner Sünde stellen. 40 Jahre reichen nicht, um meine Sünde einfach vergessen zu machen. Ich muss mich meiner Sünde stellen. Ich bin mir sicher, diese letzten Worte haben so manche Söhne zutiefst beschämt, traurig gemacht. Oh, an diesem Totenbett flossen Tränen, noch bevor Jakob starb. Aber bei Gottlosen führt so eine Anklage zum Trotz und zur Hartherzigkeit, zum Zorn und zum Ärger. Wie konnte mein Vater so etwas über mich sagen? Aber bei jedem, der geistig gesinnt ist, führt dieser Schmerz zur Buße und zur Reinigung. Oh ja, es ist wahr. Es ist wahr. Und ich will nicht länger es verbergen. Ich will es nicht länger einfach erdulden. Ich will in Heiligung leben. Ich will gegen diese Sünde ankämpfen. Ich will auf meinen Charakter Acht geben. in 5. Mose 33, da gibt Mose auch eine Segensverkündigung an die zwölf Stämme, kurz bevor sie in das verheißene Land einkehren dürfen. Und einige der Stämme und der Söhne, die hier noch ziemlich schlecht dastehen, sie werden bei Mose viel positiver beschrieben. Und ich glaube, ein Grund ist, dass sie es sich zu Herzen genommen haben. Nicht nur die Söhne Jakobs, sondern auch ihre Nachkommenschaft. Sie haben das angenommen und mitgenommen, was Jakob ihnen erzählt hat und gesagt, oh, wir wollen uns darum kümmern, dass das nicht fortlaufend über uns gesagt werden kann. Wenn wir lesen in 5. Mose 33, oh, so zeigt Mose bei einigen dieser Stämme ein viel reineres Bild auf. Wir sehen der Kraft Gottes vorangehen werden. Aus dem rachsüchtigen, gewalttätigen Levi wurde der Stamm, der das Heiligtum Gottes bewachte. Und ja, sie trugen die Konsequenzen aus der Strafe der Zerstreuung wurde doch die Zusage, dass Gott selbst ihr Anteil und Erbe ist. Sie haben kein Erbteil in Israel bekommen. Aber Gott selbst und sein Heiligtum soll ihr Anteil sein. Die Verkündigung Jakobs war für alle Söhne, für alle Stämme und ist auch für uns heute ein Segen. Wir können von den Zurechtweisungen, von den Ratschlägen, von den Tröstungen profitieren und sie auch uns zu einem ernsthaften Aufruf zur Heiligung dienen lassen. Dass es unsere Sünde aufzeigt, dass es unsere Charakterschwäche, unsere falsche Trägheit, unsere Unbeständigkeit ins Licht stellt, damit wir nicht einfach so fortleben wie bisher. Der alte Puritaner Richard Baxter, er schreibt in einem Gedicht unter anderem, als ich dachte, ich hätte wenig Zeit zu leben, da bemühte sich mein glühendes Herz, die Seelen der Menschen zu gewinnen. Ich predigte, als ob ich nie wieder predigen könnte und wie ein Sterbender zu Sterbenden. Oh, wie sollten sich Prediger nach der Buße der Menschen sehnen, die doch sehen, wie nah die Kirche dem Grabe ist und sehen, dass während wir predigen und hören, wir sterben. Von der Zeit in die Ewigkeit gerissen, was für Statuen, was für Heuchler sind sie, die zwischendurch schlafen und nur aufwachen zum Predigen und zum Beten, als fürchteten sie die Toten aufzuwecken oder als ob sie die Sünder in ihrem Bette erleuchteten. Die von Himmel und Hölle sprechen wie auf einer Bühne und die Kanzel nur zu einem Papageienkäfig machen. Die lehren wie Männer, denen es gleichgültig ist, wer es lernt und predigen im Scherz den Menschen, die sich versündigen. Gott ist Gesandter, wenn er einer ist, sollte mit aller Ernsthaftigkeit sprechen, wie er nur kann, der im Namen des Allerhöchsten redet über die Angelegenheiten der Ewigkeit. Versteht ihr, dass es ein Segen ist, zur Buße aufgerufen zu werden in dieser Zeit? Versteht ihr, dass es ein Segen ist, wenn wir durch das Wort Gottes und durch die Verkündigung auf den Kanzeln dazu gedrängt werden, der Heiligung nachzueifern, ohne die niemand niemand den Herrn sehen wird. Oh, wir fühlen uns alle komfortabler, bequemer, wenn wir ein paar spaßige Reden hören oder irgendwie uns in Honig um den Mund gepinselt wird. Aber das, was zum Segen dient, ist die Wahrheit Gottes, die unser Herz erleuchtet, die unsere Hoffnung auf den richtet, der Sünden vergeben kann und der uns den Geist vermittelt, dass unser Leben verändert werden kann. Und ein letzter Aspekt des Segens ist noch die Aufnahme aller. Ein letzter Hinweis auf den Segen finden wir daran, dass alle mit eingeschlossen sind. Alle zwölf Söhne. Jakob gibt den Segen nicht nur heimlich an einen auserwählten Sohn weiter, wie Isaac es tun wollte, bei einem schönen Braten, heimlich im Zelt, sondern sie werden alle gesegnet. Alle. Zwar mit unterschiedlicher Rolle und verschiedener Betonung, aber sie alle sind die Stämme Israels. Kommt zum ersten Mal vor, hier ganz am Ende von 1. Mose, die Stämme Israels des Volkes, das Gott bestimmt hat, sein Heil voranzutreiben, hier im alten Bund. Sie alle erhalten einen Segen, sie alle sollen in das verheißte Land einziehen, sie alle sollen zusammenhalten, sich aber von anderen Völkern reinhalten. Gott erfüllt seine Verheißung, dass er aus Abrahams Nachkommenschaft ein großes Volk machen will. Aber von Abraham bis Jakob war es immer nur einer pro Generation, an denen der Segen weitergegeben wurde. Von Abraham auf Isaak und nicht auf Ismail, von Isaak auf Jakob und nicht auf Esau, von Jakob auf alle seine Söhne. Der Segen breitet sich aus durch die Auswahl der Zwölf Stämme und es lehrt uns, dass Gott die Gemeinschaft bestimmt hat zum Segen. Noch einmal Matthew Henry unter dem Israel Gottes gibt es eine große Vielfalt von Veranlagungen, die einander widersprechen und doch alle zur Schönheit und Stärke des Körpers beitragen. Judah wie ein Löwe, Isascha wie ein Esel, Dan wie eine Schlange, Naphtali wie eine Hirschkuh. Diejenigen, die unterschiedliche Temperamente und Gaben haben, sollen sich nicht gegenseitig tadeln oder beneiden, ebenso wenig wie diejenigen, die unterschiedliche Gestalt und Hautfarben haben. Das ist ein Bild auf die Gemeinde, wie wir in dieser Gemeinschaft einander stärken können und uns einander freuen können an den Segen, den Gott uns gibt. Paulus schreibt über uns Christen, dass wir in Christus alle eins sind. Ob Juden oder Griechen, ob Freie oder Sklaven, ob Männer oder Frauen, wir sind in Christus eins, wir sind verbunden in einem. Der Segen Gottes ist da sichtbar, wo er uns trotz all unserer Unvollkommenheit, ja, trotz all unserer Sünde dennoch segnet und in die Gemeinschaft der Gesegneten hineinbringt. Ja, die Gemeinde, als Gemeinde sind wir genau solche schwache, unfähige Sünder, die durch die Rettung des Herrn, durch Jesus, der Herr rettet, aufgenommen wurden in eine Segensgemeinschaft, die wir nicht verdient haben. Die schönen Worte aus Naphtali, sie gelten uns heute noch genauso wie damals. Jesus ist gekommen, Sünder zu retten, zu suchen und selig zu machen. In ihm empfangen wir alle Segnungen des Himmelreiches. Denn er trug den Fluch der Sünde, den Zorn des Vaters, den Biss des Todes, damit wir den Segen des Himmels und den Frieden des Vaters und das ewige Leben empfangen sollen. Harre auf die Rettung des Herrn. Vertraue auf Jesus, in ihm ist der Segen. Achte auf seine Worte, nicht nur auf die Postkartensprüche. Achte auch auf das, was deine Sünde anprangert und mahnt. Denn seine Worte führen zum Segen. All das, was uns zu Christus treibt, ist Segen. Und das finden wir. Das finden wir in dieser Ausrichtung der Hoffnung. Das finden wir in der Ermahnung zur Heiligung, aber auch in dem Bewusstsein, wir brauchen einen, der uns rettet von unserer Sünde. Und wir finden es in der Gemeinschaft, ja in der Gemeinde, die Gott bestimmt hat, dass wir hier Gnadenmittel erfahren, als die Geheiligten des Herrn. Dazu segne uns Gott. Amen. Amen.